Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check und hallo Thomas Bergmann. Es ging wieder nach unten gestern, ein kleines bisschen, 0,15 Prozent haben wir verloren. Er hat es versucht, am Vormittag wieder in L4 zumindest dran zu laufen, ist aber dann nicht geglückt. Jetzt schauen wir auf den heutigen Start, es geht wieder nach unten. Am Anfang hat er es wieder versucht, in den positiven Bereich zu drehen. Er war schon über, wir sehen es hier, höchst. Zumindest war er ein Plus, er war bei 11,374, aber jetzt sind wir auch schon wieder leicht im Minus. Konjunktursorgen weiterhin, die das Bild beherrschen? Brexit, Konjunktursorgen, Handelsstreit, der Klassiker halt. Der IFO-Index gestern war überraschend positiv, hat dem Markt etwas Unterstützung gegeben, deswegen auch zwischenzeitlich mal ein kleiner Hopser nach oben. Aber ja, eine nachhaltige Erholung schaut natürlich anders aus. Dann schauen wir uns jetzt mal den aktuellen Stand der Dinge an, in Sachen Charttechnik zumindest. Hat sich jetzt im Vergleich zu gestern nicht viel getan. Dennoch, vielleicht war jemand nicht dabei gestern und du erzählst es uns noch. So ist es. Also der Bereich hier, das ist im Hoch auch die 11,370. Da sind wir eben darunter gefallen. Wir haben diesen Aufwärtstrend schon gebrochen. Also auch hier, der verläuft mittlerweile schon bei 11,547. Also hier sind wir schon ein ganzes Stück weit entfernt. Hier bedarf es wirklich einer ganz knackigen, schnellen Erholung, damit wir eben wieder da in den Trend hineinkommen. Der verläuft auch relativ steil mit 20 Zählern am Tag. Also sprich, das muss schnell gehen, damit wir eben hier wieder reinkommen und dann vielleicht diesen Aufwärtstrend fortsetzen und dann auch die 200 Tage in dem Bereich 11,57 dann wieder überwinden. Zunächst aber mal das Tief hier bei 11,45. Da müssen wir drüber hinaus. Das sind mehrere Auflagepunkte in der Vergangenheit gewesen. Das sieht man auch hier. Da geht es, das gilt zu überwinden und dann müssen wir uns eben, der Befreiungsschlag muss natürlich erfolgen, indem wir die 200-Tage-Linie überwinden. Aber es wäre schlecht, wenn er jetzt mehr auf diesem Niveau, wie wir es gerade aktuell sind, vor sich hin dümpelt, 11,350 rum? Ja, ich sag mal, es wäre besser, also normalerweise haben wir gestern ein Verkaufssignal bekommen mit dem Fall unter die 11,370. Für das hält er sich einigermaßen gut, was natürlich bedingt ist durch die guten Vorgaben aus Japan und aus Amerika. Aber klar, hier sieht man es eben sehr schön, dass dieser Aufwärtstrend gebrochen ist. Und von daher brauchen wir eine schnelle Trendwende, damit sich eben dieser Trend nicht fortsetzt, weil dann sind wir auch mal schnell hier, ganz schnell in dem Bereich 11,8, 10,8 und dann gibt es andere Sorgen. Ganz kurz noch zum Produkt. Aktuell gibt es nichts. Nee, aufgrund der Unsicherheiten und der unklaren technischen Situationen bleiben wir erst mal an der Seitenlinie. Wir können ja jederzeit reagieren und werden dies auch tun und unsere Abonnenten informieren per Mail. Gut, das war es für heute. Dankeschön, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns morgen um 9.30 Uhr wieder. Auf Wiedersehen.